Stellen Sie sich vor, jeden Tag ein frisches Ei aus dem eigenen Hühnerstall. Ein Traum? Muss es nicht sein. Denn wer seinen eigenen kleinen Garten hat, kann sich diesen Traum mit einem persönlichen Hühnerstall erfüllen. Und die letzten ein, zwei Jahre ist es so, dass die Hähner wieder voll im Trend sind. Und alles, was für die Hähner notwendig ist, das gibt es im Lagerhaus. Und gemeinsam schauen sie nach der Schule meistens, ob ein Ei da ist. Und ja, dann ist man ganz stolz, wenn man mit zwei in der Hand wieder reinkommt. Man kriegt im Lagerhaus alles. Man kriegt Hähner, man kriegt Zubehör, man kriegt das Futter. Ich tät's immer wieder. Ich hab jetzt die fünf Jahre, seit wir da wohnen, darauf gewartet, dass es soweit ist. Und jetzt haben wir es, was haben wir es jetzt, sechs, sieben Wochen haben wir es da. Und ja, ich tät's nicht hergeben. Weil er nachher weiß, warum und woher das, was er isst, auch kommt. Alles vom Hohn über Futter und Zubehör gibt's in Ihrem Lagerhaus. Wir beraten Sie gerne.